m m Jutmorgen, meine lieben Freunde, du bekommst zurück zu Let's Play Super Mario RPG gleich noch zu selbst daß Warte noch mal müde oh müde und hey mit awesome Musik und wir machen weiter und wir sind ja die Kieslinge na ganz great na gut, mal sehen, was wir noch zu finden werden ähm, hallo ey ey ich sehe hier kaum was wow, Bonis ok schon mal interessant, ähm Vulkan halt, was wir mal erwarten bäm 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 so hüp 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 wunderschön willkämpfe vermeiden willkämpfe vermeiden ah na gut, so will ich natürlich keine Kämpfe vermeiden oh fuck ich bin verarsch oh 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 das scheiße aber das auch herkommen nein gut wort der fahrt orelikon und jetzt wieder der schwulikon weil der diesmal ist ein hässliches stift okay die man so wird sterben ok bist du das war schlicht das war schon keine ahnung der geht das ist mir auszuhalten jetzt noch mal was ein wird frei bauen was auch immer das ist ich bin total fasziniert gerade von den jeder die seite vielleicht und die städte hier und rast der mann wir kommen aus weiter wesens gibt es die pfeile geht die mich nicht ausweichen lassen sie sein der zarten ist sehr interessant und das habe ich nicht mein start zu fällen ja ich hätte sie alle vernichten aber schon los oder der deutsche veranfangen dann weiß ich nicht naja versuchen wir es aufwacht neue erfahrung seit dem es gespielt werden eine viel zu viele gottverdapte gegner morgens was war das umfuhren bämm so ein tschüss so was heißt aber geht doch nein ich wollte und das war man viel zu viele gene auf dem screen nervig und man kann nicht einmal weg rennen nervig dumm scheiße flottsystem das nicht funktioniert ist dumm danke und das ist natürlich cool ich war doch auch lecklich schnell kein bock kein bock wenn ich schon berühre und es klappt nicht dann muss ich gar nicht das versuchen nein warum bist du ein schritt ja versteht mich nicht falsch viel zu viele gehen auf dem screen und wahrscheinlich zum fliegen bei ungefähr durch das erwähnt ist bei lucia wesentlich angenehm machen da kommt einfach alles zu unklappen und gnade tschüss das wäre ja gar nicht und ja heute kampf verwickelt muss weiter machen oh mein jagen oh was ist so am just once again session check out this yeah me grain what the fuck okay I got explosion and fies wieso man du sollst steuerung danke ich wünsche es ja das ist so eine wunderschöne kamerawinkel das war es mit der plätze das hat wenigstens geklappt wunderschön wunderschöne fach das klingt sehr fragwürdig wenn man beim 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 stammt was soll es das denn auf jeden fall was aus ja definitiv was aus dem monster scale der der die die ach so ich hätte da gar nicht angehen müssen so was das jetzt ist die zeit schon vorbei das vielleicht gar nicht mal sehen nein wir machen anscheinend gute fortschritte gab es schon lang nicht mehr in einem dungeon der hatte viele musik und das hätten sie es auch ganz cool aber der viel zu viele gener und vor allem solche stelle sind und wer und wieder ein steinwächter dann gibt es viel zu viele das war der falsche was warum war warum ist oder besiegt thank you what the fuck warum war jetzt besiegt fans up muss ich mir mal der Aufnahme angucken ob der Perlou ein Leben hatte oder was der geht einfach wird mich es ist und okay WTF? Viel zu viele Gegner. Na gut, sind nur zwei. Boom. Bam. Jack off. So, bis jetzt tot und so einfach. Einfach auch mehr zuliebe. Slash. WTF? Ich habe es gefühlt von einer Feuerattacke. Oh ja, und die. Feier auf. Dann sind wieder Feuerattacke von Nöten. Wunderschön. Toll. Wow. Immer sind die zu schnell, die Viecher. Ah, ich verstehe. Bam. So können wir jetzt erst mal die Kleinen. Bam. Lucky. Die kann man da schon stampeln. Oh, das war schlecht. Wailor up. Machst du es? Yes. Was bedeutet das? Ah ja, was ist das nicht so klar, aber was für den Effekt hat das wohl? Ah, okay. Wailor ist wahrscheinlich defensiv hoch. Ja. Bam. Backfire. Backfire. Ach. Oh. Hallo, du ja. Ich habe mal nicht schlecht. Aber baut auf. Natürlich fehlt wie sonst was. Bam. Wäre viel, aber nur. Papa. Ein innen, willst du mich verarschen? Hey, 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 I thought I hear the footsteps for me. I thought was nuts. I'm here no pro. This place is a regular and fair do. Come on, step at the side. Nein, halt, stopp. Das ist eine Gäste. Ah. What the f... Dun, dun, dun. Wir finden uns wieder hier. Können wir amour shop. Ah. Diese kostet alles. Okay. Gut, dann rüste ich mich noch ein bisschen aus. So zum Ende des Parts. Okay. Bin ich, äh, bin ich. Ja, ein bisschen. Quatsch, ey. Ja, okay, das sind ein paar Werte, aber... Naja, besser als nichts. Ne? Jeder wärt sich entscheiden. Bam. So, dann können wir den Rest ja verkaufen. 30, 35, 35, 35. Gut, das hat jetzt nicht so viel Zeit gebracht. Hey, Moment mal. Nein, nicht verschätzt. Okay, Moment. Was macht bitte die Feder? Spiel ab bei 2... Aha. Was macht man, was aber lässt? Gut, dann wälzt man. Alles unter. Sparen wir sonst. Ich hab keine Ahnung. Leck mich. Was ist das? Was ist die in? Das kannst du mir, okay. Du bist ja, okay. Ja, ich bin bereit für dich. Wo bin ich jetzt? Wahrscheinlich da auf die Halt. Yeah. Moin, no one, der Kashi-Bed. Ja, wirklich. Wirklich. So. Okay, das ist der Einzumschub. Okay, hier gibt's... Dinger. Na, okay. Jut. Danke, Kumpel. Wo geht's jetzt weiter? Ach so. Thanks for the shot, my way. You can always come back. Ach so, wahrscheinlich dann da unten. Ne? Ja. Und ein Speicherblock. Wunderschön. Ich glaube, es muss auch reichen. Viel Spaß. So. War's das jetzt so? Bam. Ja, Freunde, das war's sogar perfekt. Freunde, ich will sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Mal wieder weiter durch den Vulkan. Eventuell beenden wir ja schon. Bis dahin. Mal sehen. Bis dahin. Ciao.